Wir müssen uns fragen, wie geht das in den nächsten Jahren weiter? 312 bis etwa 315 ist Konstantin nun ein Christ und schreitet konsequent auch auf anti-heidnischem Wege fort. Wir werden sehen, dass Konstantin ein Pragmatiker ist, ein machtbewusster Pragmatiker, der pragmatische Realpolitik auch auf dem Feld der Religion betreibt. Und das sieht man bereits in den Jahren 313 bis 315. Ab dem besagten Jahr 313 wird der nun unangefochten im Westen herrschende Kaiser Konstantin in innerchristliche Streitereien und dogmatische Kontroversen einbezogen. Wie kommt das? Das hängt zum einen damit zusammen, dass er, wie gesagt, als Pontifex Maximus für alle religionspolitischen Fragen qua Amt zuständig ist. Zum anderen aber hängt es damit zusammen, dass die nordafrikanischen Christen, denn dort spielten sich diese Kontroversen ab, an Konstantin herantraten und ihn um aktives Schlichten baten. Das ist der sogenannte Donatistenstreit, der sich an der Besetzung des Bischofsstuhls in Kartago entzündete. Der Hintergrund sind die von mir schon genannten Christenverfolgung gewesen. Denn in der Zeit der Christenverfolgung haben natürlich auch etliche Christen, um ihr Leben zu retten, dem christlichen Glauben jedenfalls nominell abgeschworen. Und jetzt nach Beendigung der Christenverfolgung wurden eben diesen von rigoristischen oder fundamentalistischen, kann man sagen, Christen zum Vorwurf gemacht, dass sie abgefallen seien und insofern seien auch alle sakralen Handlungen dieser abgefallenen Kleriker nicht mehr gültig. Mit diesem Argument hatte man den einen Kandidaten für den Bischofssessel in Kartago abgelehnt und die sogenannten Rigoristen hatten einen Gegenkandidaten aufgestellt namens Donathos, nachdem ist dieser sogenannte Donatistenstreit benannt. Das artete alles in einer Art regelrechten Bürgerkrieg aus und man bedurfte der kaiserlichen Hilfe. Und als Konsequenz hat im Jahre 313 Konstantin als Kaiser das erste sogenannte Bischofsgericht einberufen, und zwar zunächst nach Rom. Das half nichts und so musste im Jahre 314 eine neue, größere Bischofsversammlung von Konstantin einberufen werden. Und das ist das sogenannte Konzil von Arl. Das erste Konzil von einem Kaiser einberufen, das wir in der Weltgeschichte kennen. Wir wissen nun aufgrund überlieferter Texte, dass Konstantin sich sehr mit diesem Donatistenstreit beschäftigt hat. Wir haben Briefe, die er mit christlichen Bischöfen gewechselt hat. Er nennt sich Vater, Bruder. Er preist in diesen Texten den Christengott als Summusterus, als höchsten Gott, Omnipotens, allmächtig. Das heißt, wenn wir nur auf diese Texte schauen, dann erscheint uns Konstantin in der Tat als überzeugter, aktiv teilnehmender Christ. Aber wir dürfen eben nicht nur auf diese Texte schauen. Wir müssen auf alles schauen, was wir haben. Und da ist erkennbar, dass es eben immer auch eine andere Seite gibt. Konstantin nimmt an diesen innerchristlichen Streitigkeiten als christlicher Sympathisant, kann man sagen, teil. Aber nach außen gibt er sich keineswegs als christlicher Monotheist, sondern er pflegt weiterhin andere heidnische Kulte, insbesondere den Kult des Sonnengottes Sohl und den Kult der Siegesgöttin Viktoria. Das wird ganz besonders deutlich an dem berühmten Konstantinsbogen in Rom. Dieser Konstantinsbogen ist in Rom im Jahre 315 errichtet worden, im Sommer, und zwar aufgrund des zehnjährigen Regierungsjubiläums Konstantin, der ja im Jahre 306 zum Kaiser ausgerufen worden war. Das Bildprogramm dieses Konstantinsbogens ist nun zweifellos vom Senat in Rom mit dem Kaiser abgesprochen worden. Und was nun hochinteressant ist, ist die Tatsache, dass auf diesem Konstantinsbogen es überhaupt nichts Christliches gibt. Und was noch interessanter ist, ist die Tatsache, dass auf dem umlaufenden Fries auf diesem Bogen die Geschichte und Vorgeschichte der Schlacht an der Milvischen Brücke des Jahres 312 erzählt wird. Und zwar, um es nochmal zu sagen, ohne jede Anspielung an Christliches. Ganz im Gegenteil. Wir haben auf dem Konstantinsbogen eine ganze Reihe von sogenannten Tondi-großen Medaillons mit heidnischen Darstellungen, die aus älteren Denkmälern übernommen worden sind. Sogenannte Spolien. Also für den Konstantinsbogen sind Denkmäler vor allem aus dem 2. Jahrhundert nach Christus verwendet worden. Von Bogenmonumenten, wahrscheinlich für die Kaiser Trajan, Hadrian und Marc Aurel. Und da finden wir alle nasenlang heidnische Opfer. Wir finden die Göttin Diana, wir finden ein Opfer an den Waldgott Silvanus. Wir haben ein großes Medaillon mit dem Sonnengott Sol. Ein großes Medaillon mit der Mondgöttin Luna. Wir haben Viktorien. Wir haben nichts Christliches. Warum hat Konstantin auf diesem Bogen nun überhaupt keinerlei Anspielung an Christliches zugelassen? Man hat immer mal wieder argumentiert, er habe den noch besonders heidnischen Stadtrömischen Senat nicht verprellen wollen. Aber das reicht nicht aus. Konstantin hat auch in Rom selbst eine christliche Kirche gestiftet. Nein, die einzig korrekte Schlussfolgerung kann nur sein, Konstantin fährt mehrgleisig. Er fährt auch religionspolitisch mehrgleisig. Er akzeptiert nicht die reine monotheistische Richtung des Christentums, sondern er behält sich gewissermaßen als römischer Kaiser und Pragmatiker und Realpolitiker die Freiheit vor, auch religionspolitisch nach eigenem Ermessen zu operieren und zu agieren. Denn, wir dürfen nicht vergessen, in all diesen Jahren beschäftigt den Kaiser mehr als die Religion.